so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es das blazing beast von veco eine neuheit für das jahr 2018 und 19 lasses sterneregen ganz nach dem motto eine richtig schnelle salvenbatterie mit richtig geilen feuertöpfen und vielen mischeffekten mit einem zwanziger kaliber relativ kleines teil aber fast voll mit 500 gramm also hier 467 hat mir sehr sehr gut gefallen beim vorschießen genau deswegen wurde die jetzt gekauft und dann würde ich mal sagen zünden mal das fette teil und ich hoffe die macht dampf viel spaß mit dem blazing beast guckt euch mal die kalibre an jungen seien krank überhaupt der f2 batterie der kettcher gar nicht das Das ist Mühe-Feeling. Junge, Junge, Junge. Let's rock it. Let's rock it. Let's rock it. Ja, hätte ich besser erwartet.